Zwei-Rad-Tänger in Gladbruck, geleitet von Michael Schwendimann, bietet das ganze Sortiment vom Kender-Velo bis zum Hightech-Bike, inklusive Zubehör. Guter Service, lange Öffnungszeiten, faire Preise und die grosse Auswahl sind seit der Gründung 1958 unser Markenzeichen. Der attraktive Showroom wird auch Sie begeistern. Das Angebot umfasst Bikes, Roller und Motorräder von Top-Marken wie Aprilia, Piaggio, Vespa und Gilera. Wir tunen und veredeln auch Chopper und andere spezielle Zweiräder. Kommen Sie zu Zwei-Rad-Tänger. Wir haben auch das Richtige für Sie.